Und am 19. zum Vorbericht rund ums Aussatzspiel beim 1. FC Köln am Sonntag. Kritikbegründungen habe ich es mal genannt. Schöne Kurie hier vom BVB für den Fans auf der Südtribüne. Hier steht die teuerste Dauerkarte der Liga, also im Bereich Stehkartenpreis für eine Dauerkarte. Das Thema ist ja sowieso ein Dauerthema, dass der Fußball bezahlbar bleiben muss. Auch bei uns gab es Spruchbänder eben zum Jubiläum vom Videobeweis. Auch schön kreativ gemacht mit dem Ablauf von so einer Videobeweisentscheidung. Also Situation, Fußball gerechter machen, Überprüfung, 5 Jahre VAR, Entscheidung komplett gescheitert. Ist die Meinung auch der meisten Fans, hat eine Umfrage wieder bestätigt. Die Mehrheit der Fans will eine Abschaffung. VfB-Frauen, ja quasi von Kritik zu Lob, nehme ich hier zum VfB-Frauenfußball. Und da werden keine halben Sachen gemacht. Laut den Südkernachrichten ziemlich hohes Etat am Start. Sechsstelliges Etat, ziemlich hoch, sind aktuell in der Oberliga, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Werle träumt da schon von Aufstiegen und von dann 10.000 bis 15.000 Zuschauern in der Frauenbundesliga. Weil der Support ist ja da, das hast du ja gesehen. Die VfB-Fans unterstützen auch die VfB-Frauen, auch vor Ort. Natürlich nicht in der Riesenzahl, aber wenn sie wirklich in der Frauenbundesliga wären, gut 15.000, vielleicht, keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen, ob das zu hoch ist, die Hoffnung. Aber da würden auf jeden Fall Zuschauer kommen, das wäre, glaube ich, sehr feierbar. Und ist ja bekannt, haben jetzt Trikotsponsoren Allianz und Rittersport. Und die Dinger kann man jetzt auch kaufen. Gibt es ganz normal im VfB-Shop wie auch die Männertrikots, gibt es in Frauen- wie im Männerschnitt. Natürlich auch mit Beflockung, mit Name und so weiter und so fort. Kann man bis zum 12. September vorbestellen, laut dem VfB-Service-Tweet. Wenn dann 350 Trikots vorbestellt sind, geht es vom Auftrag los. Es dauert nur ewig, bis das Zeug kommt, die Plan mit der Auslieferung in der ersten Dezemberwoche. Ein glücklicher Sieg. Und das ist das Zitat von Christian Streich nach dem 0-1-Sieg bei uns von Freiburg. Und ja, ich habe das auch so schon am Schluss vom Stadionvlog gesagt, war mit Ankündigung. Ich nehme es genau so, wie es hier der Tweet-Kollege hier geschrieben hat. Alles wie immer gegen Freiburg, der SC ist eigentlich nie wirklich besser, sondern wir regelmäßig zu blöd. Und so verlierst du zum 5. Mal in Folge ein Spiel, das eigentlich nur einen Unschiedenwert ist. Verlierst du halt trotzdem. Perfektes Beispiel ist auch hier wieder die Anfangsphase, die ja durchaus unter Beobachtung stand, sage ich mal. Früher gegen Tore gegen Leipzig, gegen Bremen. Jetzt zum 3. Mal am Stort. Man hatte echt das Gefühl, wir verschlafen unsere Starts. Das war gegen Freiburg halt auch nicht der Fall. Wir waren da vollkommen wach, waren vollkommen stark die ersten Chancen gehabt, wie gesagt. Und dann kommt völlig aus dem Nichts wegen einer schlechten Verteidigung dann doch das 0-1. Du hattest einige technische Unsauberkeiten, sehr wenig Lösungsfindung und auf einmal schnelle Lösungsfindung offensiv. Und dann verlierst du das Ding halt immerhin. Bis zum Ende sind sie angerannt, haben alles versucht, aber es eben nicht geschafft. Und ich fand es auch irgendwie witzig, nach der Einwechslung hattest du wirklich am Ende einen fast 4-Meter-Sturm auf dem Platz stehen mit Pfeiffer und Kalajdzic. Testspiel-Sieg, denn wir hatten am Mittwoch, mitten in der Saison, warum auch immer, aber wir hatten eins, ein Testspiel auf dem Trainingsplatz. 1.000 Zuschauer waren da, damit auch ausverkauft gewesen. Das Ganze Wiedersehen mit Shadrack-Akolo, mit Münst und mit Makliza, die beim Sandgallen spielen, der hier zu Gast war. 3-0 Sieg gegen den Klub aus der Schweiz. Nathai trifft nach 12. Bevor er dann später verletzungsbedingt raus musste. Pfeiffer trifft in der 47. Minute und Klement noch in der 83. Habe jetzt selbst nicht viel gesehen vom Spiel. Zweiter Sache jetzt aber trotzdem noch drumherum, nämlich wurde Simon im Tor gelobt. 16 Jahre alt, das ist halt auch echt der Wahnsinn. Ich hoffe, den können wir halten. Ich hoffe, der macht seinen Weg weiter und wir haben vielleicht irgendwann wirklich einen richtig, richtig starken Keeper da mit Simon. Und wie immer wurde auch Eckloff gelobt. Das ist eigentlich Standard in jedem Spiel gefühlt aktuell. Klement nun nach Karlsruhe gewechselt. Finde ich ein schöner Wechsel, das passt. 2. Liga, laut dem cooler Klub passt der Wechsel. Und eben natürlich auch die Verletzung von Nathai. Weil er wurde nicht nur verletzungsbedingt ausgewechselt, sondern er fällt wirklich auch länger aus. 2-3 Wochen. Das macht es natürlich dann noch ein bisschen unnötiger, so ein Testspiel zu machen. Rein eben, was das Ergebnis angeht. Hast jetzt dann einen Gallen geschlagen. Ist schön. Ein paar Leute natürlich spielen lassen, die sonst nicht so viel spielen. Aber halt auch wieder einen, ja, wieder nächsten Verletzten gesammelt. Kader und Startelf. Wir gehen rein. Kader und den Aufstellungstipp. PK war ja heute Morgen, wir haben alles mit drin. Letzte Woche war ja quasi meine zweite Version. Mit dann quasi Tomasch nicht in der Startelf und so weiter. War ja eine 11 von 11, genau richtig. Und wir haben auch wieder eine Ausfallliste am Start, die man abarbeiten kann. Tomasch fällt weiterhin aus, hat eine Mandelentzündung. Ist keine Option. Mio hat Schmerzen im Knie. Seit dem Freiburg-Spiel auch keine Option. Kulibaly noch keine Option. Steigt nächste Woche wohl wieder ein, so ein bisschen. Nathai, auch schon gerade eben gesagt, ist neu wieder verletzt. Der hat auch geplagt davon. Andere Themen natürlich. Ekloff ist nah an der Startelf dran. Und das andere natürlich. Kaleitsch und Sosa stand jetzt. Was anderes konnte Matarazza auch nicht sagen. Natürlich im Kader. Aber wer weiß, was besonders passiert. Schauen wir mal, ob die beiden in Köln noch dabei sein werden. Damit stellt sich auch die Startelf mehr oder minder von selbst auf. Zwei Spieler noch in Frage. Einmal Karasso tatsächlich, finde ich. Da ist eben die Frage, wann ist der wieder Startelf-Kandidat? Und nicht nur von der Bank. Ich denke aber in Köln noch nicht. Und eben Ekloff. Ich denke aber nicht, dass er Ekloff von Beginn an bringt. Trotz dem kleinen Leistungstief, wenn man es so ganz böse sagen will, von Führig. Oder eben, ja, einfach was. Man will was Inspirierenderes haben auf der Position als ein Führig gerade. Oder ich zumindest. Oder viele VfB-Fans. Würde mir dann doch aber eher daran glauben, dass Ekloff dann eben über eine Einwechslung kommt. Und würde mir die dann einfach mal, je nach Spielverlauf natürlich, einfach auch einen Ticken früher im Spiel wünschen. 1. FC Köln. Unser Gegner am Sonntag. 15.30 Uhr ist Anpfiff in Köln. In Sachen Kader steht eigentlich soweit alles, wie ich es überblicken konnte. Verletzungsmäßig. Gut, Uth fällt jetzt verletzt aus. Modestabgang natürlich ein Thema. Schaut da natürlich für noch mehr Köln-Wissen logischerweise in den Talk rein. Den, den ich mit Jan Niklas hatte, am Mittwoch hochgeladen. Schaut es wieder gerne an. Ein solides, motiviertes Team von Steffen Baumgart ist da am Start. Letzte Saison, wie gesagt, überraschend Siebter geworden. Nach eben der Saison mit Relegation, wo sie sich gerettet haben. Wir hatten letzte Saison, so war das letzte Spiel gegen Köln. Letzte direkte Duell gegen Köln. Eben dieses Wahnsinnspiel am letzten Spieltag. Wo man ja ein bisschen Hoffnung reinsetzen könnte, ist das Rückspiel von dieser Conference-League-Quali, das sie gestern Abend hatten. Eben, dass sie vielleicht in die Verlängerung müssen, vielleicht in die Laufmitte schießen müssen, Kräfte lassen. Habe das Spiel jetzt nicht groß gesehen, aber nach 19 Minuten lief das Ding. 0 zu 3 gewonnen. Sie sind weiter, sind auch in der Gruppenphase der Conference-League. Also Glückwunsch geht da raus. Können ja auch geile Fans. Da wird dann hoffentlich auch einiges abgehen international. Aber, ja, hat wohl nicht spielentscheidend Kräfte gekostet, würde ich mal so aus der Ferne tippen. 0 zu 3 Sieg in Feherwa. Und auch die Gruppe ist ganz cool geworden. Nehmen wir auch noch kurz mit Partisan, Belgrad, Nizza und Slovako. Au, au, ausverkauft. Ist das Stadion am Sonntag beim Duell unserer beiden Traditionsclubs. Sehr geile Stimmung. Heimbereich ist ausverkauft. Aussatzbereich auch ausverkauft, was alles so da war. Ins Rhein-Energie-Stadion passen ja etwa 50.000 Zuschauer rein. Und der VfB gibt an, dass es mindestens 4.300 Auswärtsfans sind. Sehr, sehr stark. Offizielle Auswärtsblöcke sind ja N6, der Stehblock und die Sitzblöcke N15 und N16. Und bei hoher Nachfrage eben auch noch O11. Und auch den haben wir ausverkauft. Ich habe extrem Bock, bin ja auch dabei. Wisst ihr ja, war auch letzte Saison schon in Köln. Da war eben aber das ganze Drum und Dran ganz anderes. Da durfte man in Schuttgart nicht spielen. In Köln durfte man, also nicht vor Zuschauern spielen, in Köln durfte man noch vor Zuschauern spielen. Vor 15.000. Da natürlich in beiden Fällen lagern keine Ultrastar. Ich glaube, wir waren irgendwie 500 Leute, 750 Leute, irgendwie sowas durften in den Auswärtsblock. Das ist alles nicht vergleichbar. Da hast du volle Karacho. Es wird ein Stimmungskracher am Sonntag. Das ist einfach Bundesliga pur, was uns da erwartet. Au, au, Auswärtssieg. Die Hoffnung auf diesen kann man sich vor allem statistisch komplett geben. Bin ich ja ein Fan von. Wisst ihr ja. Klar, letzte Saison hatten wir eben, weiß ich auch noch hautnah miterlebt, dieses traumatische Erlebnis da, ein völlig beschissenes 0 zu 0. Und dann macht da diese Last-Minute-Pleite den Tag nochmal einen Ticken schöner durch Modest, da mit der Flanke auf ihn. Das muss einfach nicht sein. Aber davor eben, zur Statistik, elf Spiele in Folge in Köln ungeschlagen. Vor eben der letzten Saison war die letzte Pleite in Köln, also immer Heimspiele für Köln im Jahr 2001. Also statistisch läuft es in Köln normalerweise. Hoffen wir mal, dass die letzte Saison da nur ein Ausrutscher war. Prognose und die nächsten Spiele. Köln natürlich tabellarisch besser gewesen letzte Saison. Auch aktuell stehen sie besser da, als wir. Spielen jetzt europäisch. Kader sehe ich aber von uns beiden eigentlich mehr oder minder auf Augenhöhe. Ich finde da weiterhin, ohne irgendwelchen Kölner Spielern was zu wollen, aber ich finde weiterhin, dass der Baumgart mehr rausholt als den Kader, als der eigentlich drin ist. Dazu, deswegen nächste Spiele, muss jetzt eben auch wieder was kommen von uns. Ohne es jetzt zu überdramatisieren, aber mit Blick eben auf die nächsten zwei Spiele, bei denen ich auch vor Ort sein werde, wird das eben wichtig. Du hast Heimspiel gegen Aufsteiger Schalke und danach geht es auswärts nach München. Also wenn du in Köln nichts mitnimmst, null Punkte mitnimmst, könntest du mit Niederlage und zwei Punkten nach vier Spielen reingehen in dieses, ja das ist einfach auch nichts gegen Schalke. Die machen eine gute, ja eigentlich eine recht gute Form bisher. Ist ganz okay, wie sie sich schlagen nach dem Aufstieg, aber gegen die wird es ein Pflichtsieg werden zu Hause. Heimspiel gegen Aufsteiger muss einfach. Und das eben auch im Wissen, dass im Spiel danach nicht so viel drin sein wird in München vermutlich. Deswegen sollte man schon was mitnehmen in Köln. Ich sage auch, wir nehmen diesmal alle drei Punkte mit. Tipps erstmal auf den Sieg in der Saison. Bisher nur Unentschieden getippt, 1-2-Aussicht in Köln. Ihr könnt natürlich gerne in dem Community-Tab abstimmen und eure Meinung in die Kommentare. Dann wie immer noch hier neben mir der gesamte Spieltag getippt. So auch in unserer Kick-Tipp-Runde zu finden von mir. Danke fürs Zuschauen. Alle, die neu im Start sind, gerne ein kostenloser Abo dalassen. Und bis zum nächsten Mal.